China will zum Angedenken uns ein Figur uns gerne schenken, weil nämlich heim, und das ist wahr, für fast genau 200 Jahre in der Stadt heim mittendrin, Karl Marx geboren ist, gebe gerne. Die Stadt hat, hat zwar nicht vollkommen, gern das Geschenkler angenommen, und doch, weil die ganze Marx-Figur riesengroß wäre von Struktur und ganz aus Bronze und nicht aus Kitt, wissen wir nicht, wohin damit. Als Humorist, weil du nicht lagen, du nicht euch einen Führschlag machen, wo man das Marxische Monument denkmalgerecht aufstellen könnte, womit dem Stand auch gut, okayer, auch alle Welt zufrieden wäre. Ja, stellt doch das Iwa grüße Pipschi und von von Franzens Knipschi, durch die die Statue wunner schien, keine wunner auf uns Trier sehen, und ganz Trier lang und breit, dem Schar die danse fiese Leid, und hey, tagtäglich, ohne Gallien, grüß die Mariesäule, e Palien.